Na dann? Wollen wir wieder schlafen gehen? Nee, wir gehen jetzt schlafen. Jeder hat gesagt, wir sollen schlafen gehen, also gehen wir auch schlafen. Die ganze Zeit sind sie uns am Arsch gegangen. Die ganze Zeit sind sie uns am Arsch gegangen mit Geh jetzt schlafen, geh jetzt schlafen. Jetzt wollte ich einmal schlafen gehen. Jetzt wollte ich einmal schlafen gehen und jetzt gehen sie mal dezent auf die Eier. Das ist ein Wahnsinn. Das ist ein Witz. Das ist wirklich ein Witz. Geh jetzt einmal schlafen. Das ist schon wieder nicht gut genug. Der Schlafen. Ei, 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 ei. Ich war der für euch, Alter. Digi. 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 Interessante kleine Versammlung. Hey, Hacker Kiko. Jetzt gehen die Nummer 17, gell. Es gibt einige Dinge, die ich mit dir diskutieren muss. Das ist, warum ich mich so schnell zu sehen habe, nachdem du den Krankenhaus aus dem Krankenhaus gesehen hast. Bitte, gib einen... Oh, bevor das... Ich glaube, ich habe ihn vorhin schon erwähnt, aber das ist Sanadakum. Hey da. Hey da. Servus Digi. Alter. Das ist auch in der Hütten, der lass es jetzt blicken. Ist auch Wahnsinn. Glaubst du mir, wenn ich gesagt habe, dass ein Tag mehr als 24 Stunden... Ahem. 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 Eins würde mich nur ganz kurz interessieren, ob der Sand sonst eigentlich auch richtig ist so wie wir sind. Einmal nur ab und zu so eine Art kleine Überprüfung jetzt vielleicht zumindest alle zwei Stunden für mich halt persönlich, ob der Sound eigentlich auch passt oder nicht. Nicht, dass ich dann reinscheiße und dann habe ich gespeichert und dann ja. Kannst wieder zwei Stunden wieder von Fuhren spielen? Oder auch Stunden? Nein, ich würde jetzt nicht jede Stunde einmal so dran picken. Passt das denn? Das ist ein interessantes Wort. Na, das wollte ich auch gerade sagen. Wenn dann jede Nacht hingehe, oder? Normale Leute verstehen es nicht, da sie alle schlafen in ihrer Konferenz. Den geht's gut, oder? Die schlafen in die Sägen und alles drum und dran, oder? Und wir müssen schuften, wir müssen kämpfen. Das ist ja ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn, der Leil, ein Wahnsinn. Das sind ja eigentlich auch, theoretisch gesehen, ja auch Menschen, wenn wir so ganz ehrlich sagen. Das ist unser Job, um sie zu schlafen. Das ist ziemlich spannend, oder? Glücklich, Hiko. Warum bist du immer so? Du hast den letzten Tag nur verholt. Aber vielleicht sind die Nächste, aber nur die Zehnte. Jetzt, jetzt, er arbeitet seine Arbeit gut, in jedem Fall. Ich komme zum Punkt. Wir sind der spezialisierte Extracurriculär-Execution-Squad. Sie, sehr kurz. Auf dem Papier sind wir als ein Schulklub-Klub. Aber in der Realität, diese Gruppe ist beteiligt an die Schäden. Mitsuru Kirijou-Kun ist der Leiter, und ich bin der Klub-Advisor. Ein Schäden fährt sich auf die Geist. Die Begründung wird ein lebendes Körper. Apathy-Syndrom. Ich bin sicher, dass ihr es gehört habt. Wir haben manchmal diejenigen, die von diesem zufrieden, als die verloren. Interessante Bezeichnung. Ich finde es schon leihend. Sie tun da immer wieder ein bisschen stetig weiter. Auch so ein bisschen, dass sie es auch so ein bisschen präsentieren wollen. Ein bisschen mehr in die Materie reingehen wollen. Finde ich gut. Finde ich echt gut. Wichtig auch. Sehr, sehr wichtig. Gerade für neue Spieler. Oder eher so vielleicht sogar für die Leute, die was von Persona 5 jetzt erst auf Persona 3 umgestiegen sind. Obwohl es eben nicht so geredet ist, dass es nicht so geredet ist. Das bedeutet, du bist die einzige, die gegen sie stehen. Oh mein Gott, scheiße. Mmmmmm, was sagen wir, was sagen wir denn das so schönes. Ist das so gut aus? Ich würde trotzdem gerne eine Mini-Uzi. Mini-Uzi wäre schon leid, das wäre schon super. Vielen Dank. Oh, ich habe es fast vergessen. Was ist das für deine Wohnung, Simon? Warum bleibst du nicht nur in der Wohnung, die du jetzt hast? Ich weiß nicht, was das Verhalten ist, aber ich glaube, es hat am Ende funktioniert. Ich bin freiwillig, aber ich habe ja nichts dazu. Oh, Social Link, gell? Ja, die erste Karte! Ja, moll! Ah, ist schon geil, ist schon geil. Ah, die Nuller-Karte! Bin ich aber gespannt, was für Vorteile wir kriegen werden. Definitiv. Oder ob es auch Vorteile gibt, überhaupt der dafür. Das wäre schon irgendwie interessant. War definitiv gut zu wissen. Ja, das ist alles für heute. Ich werde euch mit unseren Club Aktivitäten überlegen. Club Aktivitäten! Hahaha, so wollen wir das also nennen. Das ist schon ein bisschen besser. Ich hätte so viel machen können. Ich hätte so viel machen können, tja. Sagt schon wieder jeder zu mir, dass ich schlafen gehe. so eine Zuckele aus. Irgendwie, tu ich bald heim dran. Ich schwöre es dir. Irgend, irgendein tu ich bald heim dran. Das gibt's nicht. Das geht nicht. Das geht wirklich nicht. Aber die ganze Zeit geschlafen. Du schaust mir, dass das das ist. Halt die Pfeifen. Halt ich schlafe wie ein ganz Baby. Oh, ja. Ein Bub muss mich natürlich immer wieder aufwecken. Ich seh, hör was schon allein. Ähm, ja, ich würd' mir sagen, den haben wir mal in die Pappen, weil sind wir nicht ab, oder? Das Kleingedruckteil hast mir aber nicht erzählt, dass ich mir selber in die Pappen schießen soll. Gefällt mir nicht. Gefällt mir schläft. Wenn ich die Tür offen gelassen hab. Schade. Jaaa, aber ich würd' trotzdem gern Namen wissen. Äh, danke? Hahaha, das Ende ist mir egal. Geil, das wär's. Irgendwie schon meiner Meinung nach ein bissl sehr creepy. Du wachst einfach mitten in der Nacht auf. Es kommt ein kleiner Bub zu dir hin. Ja, das Ende nach, Digi. Bald ist alles vorbei. Ey, der ist schon bissl kackig in der Hose. Ein pizzerle. Seid mir nicht ab, aber ein pizzerle hätte ich schon. Digi. Aber ey, ich würd' mich auch scheißen. Bis zum geht's nimmer. Bis aufs Kreis. Bis aufs Kreis. Bis aufs Kreis. Und noch viel weiter. Seid mir nicht ab. Schlimm. Schlimm. Schlimm, Leite. Schlimm. Schlimm. Schlimm, der taht oft viele Formen, aber es ist gelieblich. Es könnte auch sein, dass das Seid sein soll. Bis auf wo du endst. Do you remember when we first met I expect you to honor your commitment I'm always watching you even if you forget about me okay then I hope for you that is Sunday night in the morning and not at the end I'm going to eat it Digi weißt du wie viel Zeit du schon verplempert hast weißt du schon wie viel Zeit du verplempert hast Digga Alter wir hätten mindestens schon eine Stufe weiter nach oben sein können mit dem Lernen Nee er scheißt dir komplett rein er scheißt komplett rein komplett Digga really Sie schauen aber alle richtig gut aus richtig sexy Ah, wache! Geil, geil! Schick, 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 schick! Schick! Ah, ha, ha, ha! Der Wixer! C'mon! This is Junpei-Ri from Class 2. He'll be staying here for now. Another bad, guy! Is he staying here? Are you sure that there wasn't some mistake? I bumped into him the other night. He has the potential. Aber er hat sich gerade erwartet. Ich habe ihn über uns erzählt und er hat uns geholfen. Wirklich? Du hast das Potenzial? Er hat mich gefühlt wie ein Baby auf der Konvenienste. Er hat sich mit einem Bunchen Konflikten. Ich weiß nicht viel, aber man, das ist schrecklich. Aber er hat gesagt, dass das komplett normal ist, im Anfang. Es ist wie, mich verletzt und mich nicht erinnern. Ihr wisst das? Nee, mir ging es nicht so. Hey, was ist mit dem Tuff-Guy-Akse? Du solltest über ihn wissen, seit du bist ein Persona-User und all. Mann, ich habe noch nicht... Den haben sie aber auch schnell aufgeklärt, den Hoverer. Nicht schlecht. Ich habe noch nicht gedacht, dass ihr euch auch dieses Sachen gemacht habt. Ich bin glücklich, dass ich nicht der Einzelne. Ich will das wirklich auf meinem eigenen Weg machen. Aber du musst auch stolz sein, nicht wahr? Hast du mich zusammengekommen? Ja, der Frühtrottl. Aber gut passt schon. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit den Hoverer. Ah, ich glaube. Ah, die ist schon echt schick aus. So mit ihrem Privatquat und alles drum und dran. Richtig sexy, richtig sexy. Ich finde die echt fresh alle miteinander. Ich habe jetzt quasi Bock, sich selbst ins Gesicht zu schießen. Diggi. Also das Game verleitet dich überhaupt nicht dazu, dass du vielleicht die Cent, vielleicht wirklich einmal irgendwann einmal eines Tages in die Pappen schießt. Diggi. Hat ja damals schon gut begonnen mit den Teletuppies, gell? Mit den Brunnen und alles drum und dran. Ah, ah, ah. Also, dementsprechend. Ja. Na gut. Lass mich mal so stehen. Lassen wir es einfach mal so stehen. Oh, du meinst Tartarus. Tartarusauce? Was? Ah, 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 ah. Genau, die Tartarusauce. Hast recht, Diggi. Der gute alte Tartarus. War richtig genial damals. Damals richtig, richtig genial. Grenzgenial, das Ding. Du, der ist auch ein Pappen für den Bappen. Und, das Ding, aber das Ding. Wir brauchen nicht. Aber das ist echt schnell abgefrühstückt worden mit dem. Dass der sich ja schon ausgekennt hat, Bescheid gewusst hat und alles drum und dran. Org, org. Der gefreut sich richtig, dass er ein paar Schattenwesenmeier machen kann. Der gefreut sich richtig. Oh Gott sei Dank mal wieder keine Frage beantworten. Wir haben ja schon wieder doch gehabt, ich muss schon wieder irgendwas beantworten. Na Gott sei Dank nicht. Na, oder Gruppenversammlung? Na, wenn nicht. Na dann, let's go. Also für meinen Geschmack kann es definitiv schon mal langsam losgehen. Jetzt bin ich aber gespannt. Es klingt jetzt nicht so, wie ich ganz so berauschen kann. Es wäre zwar trotzdem dafür, dass ich wenigstens ein bisschen spazieren gehen würde, gell? Oh, ich weiß, du hast es geschafft. Ich kann nicht glauben, dass der Erkrankung uns so viel trainiert hat. Es ist bereits schmerz. Es passiert viel später. Die Leute sind auf die Träte. Könnte ich mir relativ gut vorstellen, dass man sagt, man ist vielleicht in der Hinsicht dann auf eine gewisse Art und Weise beeinflusst, dass man dann vielleicht wirklich vor die Klasse springt. Da lauft, da lauft Digi. Ab in die Tatros. Kleiner Snake. Geht ja immer, oder? Kleiner Snake. Ein bisschen was zum Naschen. Ich habe gehört, dass der Ramen-Jointe oben oben ein secretes Nachtdessen hat. Leider. Leider. Ich will gerne essen. Ich will sehr, sehr gerne essen. Digi. Oh Gott. Hecker ja! Let's get right into it! Er ist echt ein bisschen sehr motiviert. Übermotiviert. Also, ich würde gerne deine unvergültige Atenung haben. Für lange Zeit, Kirijou-kun und Sanada-kun waren die einzige Persona-User, die wir hatten. Aber dieser Nummer hat vorhin zu 5. Also, hier ist der Plan. Heute beginnend, am 12.00 Uhr. Ich würde gerne, dass wir endlich anfangen, zu erfüllen, DOS. Let's go! Ab in den Tatros! Mich würde es ehrlich gesagt sogar interessieren, ob er jetzt sogar noch höher gebaut ist als vorher. Oder ob sie wirklich sagen, dass es... Wie viel? 100 irgendwas Etagen? Oder mehr? Nein, nein, nein. Viel, viel, viel mehr. Mit 300 irgendwas. Irgendwas mit 300 oder 500 irgendwas Etagen. Also, dementsprechend. Das ist in dem Zeitraum, wo die Licht auskennen, Digi. Damit sie es auch gabst. Haha. Das Ziel unserer Klub ist, dass wir diese Schäden kämpfen. Die Schäden kämpfen. Aber... Einfach nur die Schäden kämpfen, während der Schäden kämpfen, ist nicht genug. Wir müssen zur Grunde des Problems kommen. Wir müssen die Schäden kämpfen. Die Schäden kämpfen. Wir wissen nicht sicher. Wir wissen nicht sicher. Sorry, ich kann dir eine bessere Antwort geben. Aber die Mysterien dieser Tauern ist... Die Grundlage ist... Wir brauchen mehr Informationen. Also, im Prinzip, wir wissen gar nichts. Haha. Ich würde es wirklich gern scheiß drücken. Die Exploration der Tartarus ist der Hauptmöglichkeit. Wir betrachten sie unsere größte Priorität. Unsere Gesellschaft, während sie glücklich unbewusst von der Schäden, ist langsam, aber sicherlich zu ihrer Influenz. Ich würde so weit gehen, wie zu sagen, dass das Feind des Welt, auf den Schultern, die Sie, Persona-Userinnen. Das ist eine riesige Verantwortung. Aber die Heroin der Justiz werden, werden wir! Es ist auch der perfekte Ort, für uns zu trainieren und verbessern unsere Schäden. Das Ort ist wie ein Nest von Schäden, du kennst. Woah. Sie sind ein Nest, oder? Aber, Senpai! Was über deine Schäden? Akihiko ist immer noch von seinen Schäden. Er wird uns beherrscht, aber er wird nicht in der Exploration teilnehmen. Ja, ich weiß. Relax! Oh, Junpei hat eure Beine. Ich bin nicht so sicher über das. Was für dich, Herr Präsident? Ich werde hier bleiben. Ich werde hier bleiben. Nicht viel Punkt, denn ich kann keine Persona-Userinnen. Hä? Wir sind hier? Aber manche können halt einfach keine Person entwickeln. Ja. 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 Was ist passiert? Warum sind wir in der Schule? Aber schon irgendwie komisch, aber auch irgendwie sehr verdächtig. Ganz, ganz zufälligerweise ist es unsere Schule. Ja. Ja. Ja.